die Käpt'n mit den Skeletten. Oha, wie soll's das denn? Dann lassen wir die erst mit den Skeletten kämpfen. So. Mit. Guck mal rein. Quick-safe. Oh, da ist ein Schamane sogar bei. Ein Schaman mag ich aber nicht. Wer gewinnt denn den Skeletten da? Stammesführer. Ja, die nehmen Stauswürde. Da ist bei ihm für den Betracht. So, jetzt über das Skeletten würde ich stellen. Wir brauchen gerade. Oh, die gleiche, ob ich so den Weg zu machen. Ich hab's nicht gerecht. So. Stopp. So. Oh, schön, 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 schön. Ich möchte mal eben bitte den Stauswürde aufbauen. Ist du da? Hallo. Schön mal. Eheık lösst. Ehe không? Und der hat zum Nautfunk vorbei, ein Flasch hier. Also nichts tolles. Na gut. Aul. Aul. Oh Gott! Das ist aber umgekehrt. Bogen schützt die Sklette hier. Das ist auch ein Bogen-Schütze. Ey, wehe, du schießt mich ab während der Tränke. Renn mal. So, es ist ein sehr netter Abwechslung, dass hier die ganzen Rocks rumhängen. Hm, ich weiß noch nicht, wie ich den Mahnstein herbekommen. Ich weiß nicht, dass sie so direkt waren. Aber ich hoffe mal, irgendetwas wird uns Ausfluss darüber geben. Ich dachte eigentlich, wir kommen die vielleicht für einen Schamanen. Aber man scheint es dem nicht zu löffeln. Ja, dann mach was du willst, dann repetieren. Dann misch ich mich nicht ein. Gut, dann gehen wir erstmal nach hinten. Okay, das war eine schlechte Idee. Ach, komm. Wie euch drei Kriecher so irgendwie so in den nächsten zwei und zehn Sekunden. Ja, nicht wenn sie so anstellen. Was wer ganz wahrscheinlich gut spielen kann. Weil die alle Schilder haben. Oh, die sind jetzt so. Ich hab' noch ins Geld angeflogen. Die mächtige Umgekehr zu betrennen, sind jetzt aber auch. Oh, sie sind jetzt so. Sie haben das Geld an der Lose erledigt. ja und die denn kämpfen glaube ich immer noch wenn ich das richtig sehe. Ja die kämpfen immer noch. Der den Arnstein dabei? Der hat den Arnstein auch nicht dabei oder? Ne natürlich nicht. Oh verdammt wo krieg ich den Arnstein her? Oh er liegt hier rum ist ja klar Leute ist klar. Natürlich liegt er da rum. War ja logisch. Legt hier rum. Weck mich doch. Gut die Orks haben uns gute Dienste erleistet. Also die haben hier gut aufgeräumt. Und jetzt werden wir doch in die zweite Hylogie gehen und zwar alleine weil die Orks die alle tot und werden uns um die 50.000 Soldaten hier noch bringen. Und ich muss meinem Schatz mal eben Gesundheit sagen denn sie hat gerade hier genießt. Ich weiß nicht ob ihr es gehört habt. So. Ähm. Das Geld stimmt. Dankeschön. Wir beiderée合 molto. Don. Das Joovon. Moaw. Hoi der Auto dankeschön사 ok Werkstatt er kann anschließend Murat angst noch ein Storre das 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 da bei der jubische Zocker ist in einer Stunde aber egal auf jeden Fall alle gewesen Kalkau kann auch kein Bock mehr einzusammeln Leute das ehrlich noch eine alte Truhe ich will aber lieber eine schwere Truhe haben schwere Truhe Trank der Jagd Jagdgeschick plus 2 ja schön aber doof und da hinten haben wir wieder den Schmuck und so den haben wir bei dem einen Ding nicht eingesammelt oder damit habe ich den letzten Armgrab vergessen egal das ist der dritte und der will sich nicht anklicken lassen warum willst du dich nicht anklicken lassen da ein Sockel da kann man was reinstellen ja danke Stärke plus 3 Feuerklagen plus 5 und wieder Nordmar plus 5 und überhaupt und ich will aber bitte eine andere Truhe haben ihr Dovis naja gut schon scheint haben wir Pech gehabt gucken mal eben auf die Karte und sehen dass die anderen beiden da ziemlich weit unten sind deswegen wenn ich mir die Weltkarte so anschaue dürften wir vom Hammer äh Wolfsklan aus am nächsten dran sein ja sind wir weil der Wolfsklan ist hier dann gehen wir da einfach einmal rum und dann haben wir die beiden obwohl das sieht so auch ach egal ja dann haben wir die beiden hoffe ich mal wenigstens so ist schneller bitte 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 danke wie auch immer und ähm teleportier dich mal noch Wolfie was sind das eigentlich für kleine Viecher auf dem Boden die sind ja noch kleiner als Fleischmann naja was war das denn wieso ging der Teleport so schnell wow PC will mich jetzt noch mehr verraschen ach das ist die mit der bösen Frau richtig da soll ich ja den Mann na gut dann gehen wir halt den Mann finden falls er denn noch im Weg sein sollte naja ihr erinnert mich bestimmt wenn ich zügige Frau die äh bestohlen wurde von ihrem eigenen Mann und und ich weiß gerade nicht ob ich mich über oben oder oben lang gehen soll ich glaube ich gehe nicht über oben und da oben und da oben geht's auch um auch schon wo es ist ah vergesst das Leute ich erzähle nur Müll du 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 so ein Verkurses Licht aber ich will es gar nicht mehr wissen äh Schwenk-Kombens-Ach-Scheiße sehr bevertretend Leute ich gucke nicht immer nach vorne das ist eigentlich kleiner Nachteil egal äh wir sind schon relativ nah dann auch bitte nicht nur von hinten zu erreichen das würde mich jetzt ankotzen oder ist das unter mir nein 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 der ist nicht unter mir das ist trotzdem nicht unter mir oder ich wette das ist sowas von unter mir und ich wette das ist sowas von Orcs und ich wette du das auch nicht mit irgendwas zu scheiße das noch ein zweiter so 1 was wohl 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 das war noch ja auch doch ja ja überhaupt die krieger von potzern ist in allen möglichen städten fallen und jetzt kommen hier die zwei drei dort war abkriegt doch so vielleicht war es ein eintopf der reitungsstiftung